Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Happy New All-Time-High. Bitcoin hat sein All-Time-High geknackt, zumindest auf den meisten Börsen, so wie ich es zumindest mitbekommen habe. Wir waren kurzfristig bei 69.400 US-Dollar. Danach gab es erst einmal eine 10% Korrektur, beziehungsweise sogar ein bisschen größer. Wir sind auf 59.000 US-Dollar runtergefallen. Auf manchen Börsen wie Coinbase, Bitwavo etc. PP gab es sogar noch größere Abverkäufe. Da sind wir sogar teilweise in den 50.000-Euro-Bereich runtergefallen. Schauen wir mal, ob die früher oder später noch geholt werden. Auf jeden Fall hat sich der Kurs mittlerweile wieder etwas stabilisiert. Wir sind wieder bei 65.000 US-Dollar. Ob es jetzt schon mit der Korrektur war oder ob wir möglicherweise sogar doch nochmal deutlich tiefer gehen, so wie ich es hier schon mal eingezeichnet habe. Es stehen immer noch genug Möglichkeiten offen. Nur weil wir ein All-Time-High haben, heißt es nicht, okay, wir gehen jetzt straight Richtung 100k. Klar, im Worst Case sind immer noch 28.000 US-Dollar drin, aber das ist wirklich Worst, 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 Worst Case, was eintreten könnte. Wir werden nochmal auf jeden Fall ein bisschen auf die Altcoins eingehen, die ja auch gestern ein bisschen korrigiert haben. Und natürlich auch auf die traditionellen Märkte und natürlich Gold, weil die Märkte immer noch ein bisschen komisch unterwegs sind. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Dort kriegt ihr momentan auch wieder einen kleinen Bonus, wenn ihr euch hier neu registriert. Außerdem könnt ihr da alles traden wie Forex, Krypto und natürlich auch die Stockmärkte. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei knapp 66.000 US-Dollar. Wir hatten gestern einen schönen Abverkauf erst einmal bekommen, was mich ein bisschen am Anfang so gestört hat. Ich mache das nochmal ein bisschen größer, dass wir hier erstmal diesen Bereich verlassen haben. Aber wir haben nicht grundsätzlich ein tieferes Tief. Das heißt, diese Bewegung, diese Seitwärtsphase, die wir hier vorher hatten, hier jetzt den ganzen Ende Februar rum noch und Anfang März, der Support hat erst einmal gehalten. Wir hatten nur einen Wick drunter hier auf den 1-Stunden-Timeframe und der wurde wieder aufgekauft und es ging wieder nach oben hin. Das war aber auch so ungefähr grob der Weg, den wir gestern auch noch so besprochen haben, dass wir gesagt haben, okay, all time high, wenn wir da nicht drüber bleiben und auch kein Close darüber gehen, wird es wahrscheinlich relativ schnell nach unten hingehen. Wir haben nicht ganz das Ziel erreicht hier unten. Das war ja so die 57.000 US-Dollar-Marke, also 57.000 bis 58.000 US-Dollar-Marke. Dieser kleine Support-Bereich, dass wir hier vielleicht noch diese Lücke hier füllen, hat der Markt nicht gemacht. Der Markt ist wieder gewendet nach oben hin und versucht jetzt hier wieder möglicherweise das All-Time-High anzulaufen. Trotzdem, der Weg bis hierhin, grob bleibe ich erst einmal dabei, dass wir auf jeden Fall noch mal tiefere Kurse sehen werden. Der nächste Widerstand liegt jetzt einerseits hier oben natürlich in dem Bereich der 68.000, 69.000 US-Dollar in dieser 1-Stunden-Supply-Zone. Und wenn wir mal in den 4-Stunden-Timeframe reingehen, haben wir hier natürlich auch noch einen längeren Wick. Das Volumen da oben ist jetzt nicht mehr ganz so krass, also müssen wir nicht mehr unbedingt abholen. Das heißt, wir können jetzt auch hier mal ganz kurz gucken, wie sieht es FIP-Level-mäßig aus. Gibt es hier irgendwelche interessanten Bereiche? Okay, da sehen wir schon, okay, 4-Stunden-Bereich befinden wir uns schon im Golden Pocket. Mal schauen, ob wir drüber schließen. Dann ist auf jeden Fall All-Time-High wieder drin. Ansonsten müssen wir hier ganz, ganz genau beobachten, wie es hier die nächsten Stunden dann jetzt erst einmal aussieht. Ansonsten, so ein bisschen mal Vergleich ziehen. Was ist beim letzten Mal passiert, als wir das All-Time-High getestet haben? Dafür müssen wir natürlich wieder ein paar Jahre zurückgehen. Wenn wir uns das mal so ein bisschen hier angucken, sehen wir auch, okay, wir wurden erst hier leicht rejected. Das heißt, wir sind unter das All-Time-High nur knapp drüber gekommen. Dann gab es einen Abverkauf. Dann sind wir wieder ins All-Time-High drüber gekommen, also wieder leicht übertroffen. Dann merkt euch das möglicherweise mal für heute, für den heutigen Tag so als Muster. Und dann gab es nochmal eine leichte Korrektur und die ging ins Golden Pocket. Das ist so ein Ablauf, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Das heißt, dass wir nochmal möglicherweise das All-Time-High anlaufen. Nochmal die letzten Positionen oder versuchen nochmal die letzten Positionen da oben shortmäßig rauszukegeln. Dann nochmal einen Abverkauf sehen. Die Frage ist, dann hält es Golden Pocket. Wenn es hält, alles schön und gut. Dann können wir auch eine Rallye weiterhin nach oben hin starten. Ansonsten gehe ich ganz stark davon aus, dass da eine größere Korrektur noch auf uns zukommen wird. Was auch noch interessant ist, was ich bis jetzt sehr, sehr wenig gehört habe, wo ich es jetzt auch nicht mehr aufgegriffen habe. Ich glaube, wir hatten gestern mal ganz kurz in der Gruppe das Thema. Am 11. März laufen diese ganzen Bankenprogramme von der FED aus. Das heißt, letztes Jahr gab es ja die ganzen Bankenpleiten und sowas. Am 11. März laufen anscheinend diese ganzen Zahlungsprogramme aus. Es ist unklar, ob diese verlängert werden. Werden diese nicht verlängert? Könnte das auch wieder darauf hindeuten, warum in den letzten Wochen und Monaten Jeff Bezos, also die ganz Big Player, erst einmal riesige Aktienbestände verkauft haben. Warum Gold plötzlich so einen Schub macht. Und das alles so innerhalb der letzten paar Wochen. Wir haben stagnierende Aktienindizes. Wir haben einen steigenden Goldpreis. Wir sind bei Bitcoin einer interessanten Marke. und wir kommen zu langsam mal in diese ganzen Wahldinger in den USA. Also da steht jetzt eine Menge an, was da auf uns zukommt. EZB Zinsentscheid ist, glaube ich, auch noch diese Woche. Also wir sind momentan so zwischen entweder geht das Ganze noch absolut gut und wir gehen Richtung 100k. Oder wir stehen jetzt gerade wirklich vor einer größeren Korrektur, weil jetzt die Newslage immer, immer mehr wird. Ich glaube, nächste Woche ist auch schon wieder FED Zinsentscheid, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also da kommt auf jeden Fall eine Menge auf uns zu. So, was ich jetzt nochmal drauf hinaus will. Auf jeden Fall. Ich würde trotzdem die ganzen Mist hier überhaupt nicht shorten. Ich würde einfach den Finger vom Shorthebel lassen. Das Risiko ist viel, viel zu hoch. Halten wir uns jetzt hier drüber. Wie gesagt, dann können wir so das Muster von 2020 wiederholen oder 2021, dass wir hier nochmal in Richtung All-Time-High hochgehen. Das heißt nochmal einschließen. Alle mega bullish. Vielleicht sogar Richtung 72.000 US-Dollar. Aber erstmal so die Marke hier 69.760. Das ist erstmal so der nächste Pivot. Und dass wir dann möglicherweise einen Rücksetzer in das mögliche Golden Pocket kriegen. Das muss man dann natürlich rausfinden, wo das liegt. Grundsätzlich, wenn wir ein höheres All-Time-High dann kriegen, mal so jetzt einfach mal von 70.000 ausgehen, dann wäre das der Rücksetzer hier in diesem Preisbereich. 63.000 US-Dollar hält es, dann können wir eine neue Long-Position starten und dann gibt ihm richtig Bullrun. Sollte dieser ganze Preisbereich brechen, haben wir jetzt verschiedene Level, die extrem wichtig werden für die nächsten Wochen. Ich mache jetzt nochmal das Fib-Level weg. Das ist eben momentan noch unnütz. Diese Level sind einerseits hier unten, dieser Preisbereich, zwischen 50.000 und 52.000 US-Dollar. Da wäre auch perfekter, sage ich mal, Retest-Bereich des ehemaligen Golden Pockets oder immer noch Golden Pockets, einfach nochmal als Retest zu sehen. Das wäre der erste, einerseits natürlich Nachkaufpunkt, andererseits Swing-Long-Punkt. Fällt dieser Preisbereich runter, also das heißt, wir brechen diesen Preisbereich auch mit Daily oder Weekly Close, wäre die nächste Chance hier zwischen, ich sage jetzt mal, 44.000 bis 38.500. Und erst, wenn das bricht, sind immer noch, ich sage es jetzt ungern, aber trotzdem, es sind immer noch Preise von, ich sage jetzt mal, 28.000 US-Dollar bis 33.000 US-Dollar sind grundsätzlich immer noch drin. Behaltet das mal im Hinterkopf, das wäre nur der Fall, sollten wir wirklich einen Riesen-Massen-Crash kriegen. Aber, und da muss ich jetzt ganz kurz mal, ich glaube, Felix hat es gestern gepostet, müsste ich mal ganz kurz klauen, weil ich es selber nicht eingezeichnet habe, hat es gestern hier gut gezeigt, würde mit einem Inverse Head & Shoulders sehr, sehr gut passen. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschauen, also auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen mit dem Inverse Head & Shoulders. Wie gesagt, deswegen Props genau aus, dass Felix das gestern gepostet hatte. Es ist eine Möglichkeit, die die 28 bis 33k nochmal passen würden. Ineffizienzen, ihr wisst, wir haben oft genug besprochen, wir haben jetzt hier ein relevantes Key-Level, was hier oben eben auch noch liegt, jetzt bei unserem All-Time-High. Das heißt, solange das All-Time-High nicht auf Wochenbasis durchbrochen ist, besteht diese Möglichkeit noch. Aber es sind nur Möglichkeiten, keine Panikmache, behaltet zum Hinterkopf, wenn es so kommt, top, nachkaufen. Ansonsten seid einfach nicht überrascht oder freut euch, wenn wir Richtung 100k gehen. Es sind nur Möglichkeiten, wollte ich euch aber auch aufweisen, weil es immer noch wichtige Punkte sind. Ansonsten, wie gesagt, warten wir jetzt erstmal ab, wie die nächsten Stunden verlaufen. Entweder neues All-Time-High oder wir kriegen eine größere Korrektur, dass das jetzt hier eben der Hit ins Golden Pocket ist und dann eine größere Abverkaufswelle, möglicherweise Richtung 50.000 US-Dollar gehen. Dann wird das wahrscheinliche Szenario für mich immer unwahrscheinlicher, dass wir nochmal Richtung 28k gehen. Aber warten wir erstmal ein bisschen ab. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier sind wir gestern an den Pivot R1 erstmal rangekommen. Gefällt mir jetzt eben genauso wie bei BTC momentan, haben wir hier gleiche Struktur eigentlich. Wir sind hier in diesem Widerstandsbereich der Supply. Volumentechnisch, wenn jetzt Bitcoin sich weiter hält, werden die Altcoins nochmal ein bisschen anziehen. Was mich an dem ganzen Ding immer noch stört, wir haben gestern schon über die Funding Rates gesprochen, die extrem hoch sind und die weiterhin extrem hoch sind. Trotz dieses 10% Crash, was wir gestern gesehen haben, sind die Funding Rates nicht wirklich signifikant runtergegangen. Wir haben teilweise immer noch 0,1%. Das wird wahrscheinlich die nächsten Stunden immer noch weiter ansteigen. Das Open Interest in den letzten 24 Stunden auch nicht signifikant runtergefallen. Das heißt natürlich auch bei den Altcoins deutlich alles überhebelt und sowas. Ich wäre einfach vorsichtig momentan noch ein bisschen mit Altcoins. Die Altseason wird jetzt ganz stark danach ausverfallen, wie Bitcoin sich jetzt verhält. Wenn wir jetzt eine längere Seitwärtsphase kriegen über 2-3 Wochen, wird natürlich eine fette Altcoin Season kommen. Natürlich. Wenn das jetzt aber ganz schnell nach unten geht, und das haben wir eben gestern gesehen, guckt euch allein Ethereum an, kaum hier das Top erreicht, ging es hier 16% nach unten. Und das haben wir bei sehr, sehr vielen Altcoins gesehen. Guckt euch Chainlink an, kaum wieder hier das Top. Und vor allem Chainlink jetzt auch nicht diese Mega-Performance gehabt. Also auch hier 24%, wo es hier erst einmal nach unten hinging, sobald eine BTC-Korrektur kam. Also seid einfach vorsichtig. Hört oder guckt nicht nur auf irgendwelche Videotitel. Ich sage es euch jetzt einfach nochmal. YouTube ist überschwemmt momentan mit hier 40.000%, hier 20.000%. Nur weil diese Titel das sagen, müsst ihr diesen Mist nicht kaufen. Macht euer eigenes Research nochmal. Guckt euch die Charts auf den größeren Timefilms an. Es hat sich in den letzten Tagen wenig bis gar nichts getan an den Charts. Auch Polkadot und sowas hat sich in den letzten Wochen gar nichts getan seit unserer Analyse. Wir sind immer noch in dieser übergeordneten Range. Die Range ist zum Akkumulierender. Passt einfach auf, was ihr für Videos guckt, wie weit ihr die guckt. Guckt ihr nur nach Thumbnails. Hey, ich habe hier gelesen, Polkadot oder Chainlink machen diese, diese, diese X. Passt da einfach auf. Wir haben gut eingekauft im Bärenmarkt. Wir haben bei Polkadot noch keinen Breakout gesehen. Absolut Seitwärts-Range. Hier ist weiterhin zu akkumulieren. Ihr kennt die Nachkaufzonen. Ich werde dazu auch keine weiteren Videos machen oder tägliche Updates, wo ihr nachkaufen könnt. Wir haben oft genug eingekauft. Die Nachkaufzonen von vor fünf Wochen gelten immer noch. Wir hatten noch keine fette Altcoin-Season. Also nochmal ganz, ganz dringliche Warnung an mich. Beziehungsweise passt einfach ein bisschen daraus auf, dass ihr nicht in irgendwelche Clickbait-Titel reingezogen werdet oder in irgendwelche FOMO reingerissen werdet. Es ist teilweise gar nicht wirklich viel passiert. Das Einzige, was passiert ist, Bitcoin hat ein neues All-Time-High. Die Altcoins teilweise nicht. Oder sind noch meilenweit von ihren All-Time-Halls entfernt. Und haben noch nicht mal eine richtige Season hier gesehen. Also passt da einfach auf. Die wichtigsten Key-Level sind teilweise noch nicht mal durchbrochen. Also nur mal so eine kleine Warnung von mir nochmal an der Stelle. Gehen wir mal rüber zu Gold. Da habe ich ja gestern schon ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Hab gesagt, dass mir das Ganze etwas suspekt ist. Dieser Pump. Wir haben weiterhin stagnierenden DXY. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Also überhaupt keine signifikanten Bewegungen hier, die so einen Gold-Move momentan ein bisschen hier prophezeien würden. Also gefällt mir alles gar nicht. Wie gesagt, EZB-Zinsentscheid ist diese Woche. Wir haben nächste Woche laufen dann diese Programme der FED aus. Da müssen wir ganz, ganz stark darauf achten, wie es da weitergeht. Möglicherweise sind das Vorboten. Warten wir mal ein bisschen ab. Wird auf jeden Fall im Blick behalten. Und sollte hier ein Rücksetzer kommen, habe ich gestern schon dazu gesagt, also hier den Take Profit nehmt ihr bitte. Oder wenn ihr den gestern auch nicht genommen habt. Wir warten auf den Rücksetzer. Dann wird die Position verdoppelt. Und dann kann es, wenn es wirklich negativ läuft, FED sagt, okay, nee, wir lassen diese Programme jetzt auslaufen. Dann wird es wahrscheinlich an den Märkten eine Korrektur geben. An den Kryptomärkten. Davon wird Gold profitieren. Weil die Leute dann wieder, wir kriegen wieder Bankenkrisen. Gold profitiert natürlich. Vielleicht kann auch Bitcoin davon profitieren. Wissen wir nicht. Aber das könnte dann dazu führen, dass wir eben erst möglicherweise nochmal diesen Abverkauf sehen. Und dann die nächste Rallye bei Gold. Die Aktienmärkte, für mich weiterhin, halten sich komischerweise immer noch stabil. Wenn wir uns das mal auf den kleineren Timeframes angucken. Wir haben hier kein tieferes Tief gekriegt. Also haben auch hier gerade noch die Kurve bekommen. Also zum Shorten. Ich habe gestern gesagt, sollten wir hier ein tieferes Tief reinkriegen, werde ich das Shorten. Markt hat wieder ganz genau oder punktgenau hier diese Demandzone getroffen. Also auch hier ist für mich momentan noch nichts mit Shorten. Könnte aber jetzt auch hier, je nachdem wie wir uns in den nächsten Stunden hier vor allem beim S&P 500 jetzt mal hier verteilen. Sollten wir hier ins Golden Pocket reinkommen und auch news-technisch irgendwas noch reinkriegen, werden wir hier nochmal einen neuen Versuch starten. Und dann könnte das möglicherweise dann der Beginn zu einer Korrektur sein. So, war jetzt ein größerer Überblick vor allem bei Bitcoin. Aber wie gesagt, wir müssen auf mehreres momentan ein bisschen achten. So das Gesamtmarktliche. Nochmal, lasst euch nicht in FOMO treiben. Es werden immer wieder Korrekturen kommen. Auch bei Bitcoin shortet momentan, shortet nicht, lasst die Finger vorm Shorten momentan. Versucht eher Long-Einstiege zu finden. Wir sind in einem Bullrun. Und ansonsten würde ich sagen, passt ein bisschen drauf auf euch auf. Wenn es irgendwas gibt, wie gesagt, Telegram, jederzeit in die Gruppe reinkommen. Da kriegt ihr alle Infos, beziehungsweise auch wenn ihr Fragen etc. pp habt. So, und damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Ansonsten würde ich sagen, angenehmen Tag. Lasst euch gut gehen. Liked lassen, Abo dalassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Steck.